Ich meine, es ist halt so, wir können nicht, also es geht für ein Paar, aber wir können nicht alle mit einem Macbook und einem Chai Latte in Berlin in einem Coworking-Space sitzen und die zehnte Dating-App erfinden, okay? Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Ansonsten geht's halt nicht, okay? Es funktioniert anders nicht. Und wir machen halt Realwirtschaft, das heißt, wir haben mit Produkten, mit Sachen, mit Materie zu tun und dafür brauchen wir nur mal Platz. Das ist doch nicht, das kann man doch verstehen, oder nicht?